Ja, ich habe es tatsächlich mal wieder verkackt. Ich wollte eigentlich ein Video aufnehmen zum Thema FIRE, also Financial Independence, Retiring Early. Das ist ein wunderschönes Subreddit hier auf Reddit tatsächlich. Ich wollte gerade sagen auf Netflix. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Und dann habe ich gemerkt, mein Mikrofon hat gnadenlos übersteuert. Dankeschön, Grüße gehen raus an mich selber. Das Video war 20 Minuten lang, aber ich möchte es auch euch nicht antun, hier irgendwie 20 Minuten lang total nach jedem Wort ein übersteuertes Mikrofon zu hören. Deswegen machen wir das nicht. Ich nehme das Video nochmal neu auf. Ist aber gar nicht so schlimm. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr natürlich im Kopf, was ich sagen wollte. Und ich hoffe, dass dieses Video dann nicht 20 Minuten lang wird, weil sonst bin ich jetzt hier echt down. Und das müsste ja auch noch in eine Stunde 20 hochgeladen werden. Wird also knapp, sagen wir es mal so. Und dieses Forum FIRE, beziehungsweise dieses Subreddit, wer jetzt auf Reddit nicht so oft unterwegs ist, ich persönlich auch nicht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dreht sich darum, um finanzielle Unabhängigkeit und um frühes, wie sagt man denn, Retiring, um frühes in Rente gehen, sagt man es einfach mal so. Es bedeutet nicht, dass ihr jetzt mit 40 oder so die Rentenbeiträge vom Staat gerne haben möchtet. Wie sagt man es denn am besten? Eben dementsprechend die Rente vom Staat bezieht und sagt, oh, jetzt arbeite ich nicht mehr die nächsten 60 Jahre harzig, beziehungsweise bin ich jetzt in Rente. Nee, das ist nicht der Sinn der Sache. Es bedeutet auch nicht, dass ihr von Hartz IV leben müsst oder so ein Scheiß. Nein, ist natürlich nicht so. Es bedeutet nicht, dass ihr nicht mehr arbeiten sollt. Das ist nicht das Thema, sondern es geht hier um finanzielle Unabhängigkeit. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet quasi, dass ihr mit eurem Geld einerseits natürlich machen könnt, was ihr wollt. Das ist aber nicht das, was das Wort hier aussagt, sondern ihr seid finanziell frei. Finanziell frei bedeutet quasi, ihr habt die Möglichkeit, euer Lebensunterhalt mit euren Zinsen oder Dividenden zu finanzieren. Einfach mal um so zu sagen. Und deswegen habe ich hier einen Taschenrechner rausgeholt, um mal ein kleines Beispiel zu bringen. Stellen wir uns mal vor, wir haben 20.000 Euro. Und das ist jetzt keine Finanzberatung in keinem Falle, aber ich erzähle euch einfach mal, was ich von vielen Quellen jetzt mittlerweile schon gehört habe und was ich wirklich ganz, ganz toll finde. Und ich möchte nach diesem Prinzip hier leben, nach dem FIRE-Prinzip, denn ich möchte mal finanziell unabhängig sein. Und ich denke, Kryptowährungen können uns da einen enormen, enormen Schritt nach vorne bringen. Ein enorm, enormes Vorteil. Ach, ich kann nicht Deutsch, ganz ehrlich. Ich kann gut Deutsch schreiben. Ich kann eigentlich auch ganz gut Deutsch sprechen. Aber wenn ich hier auf Aufnahme drücke, dann ist die Grammatik wandert die Grammatik instant in die Mülltonne. Ihr wisst schon. Ganz komisch irgendwie. Aber auch nicht schlimm. Stellen wir uns mal vor, wir haben 20.000 Euro Ausgaben jedes Jahr. Wichtig, jedes Jahr, nicht jeden Monat. 20.000 Euro im Jahr Ausgaben und wenn wir das Ganze mal 25 rechnen, kommen wir auf 500.000 Euro. Das wäre dann also quasi euer Betrag, den ihr bräuchtet, um mit 4% Zinsen, was relativ niedrig ist, sagt man es einfach so, mit 4% Zinsen Retirement, also quasi financial independent zu sein. Also finanziell frei. Das ist ganz schön. Denn 500.000 mal 0,04, also 4% davon sind 20.000 Euro. Das bedeutet, ihr verdient 20.000 Euro mit den Zinsen, die ihr aus 500.000 Euro generiert und seid damit, wie gesagt, plus minus 0 jeden Monat, um es mal so zu sagen. Damit seid ihr finanziell frei. Ihr könnt eure Ausgaben mit euren Einnahmen decken. Und das ist wunderschön, wenn man sowas erreicht. Und sowas möchte ich tatsächlich auch. Das kann natürlich jeder für sich selber ausrechnen. Da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Rechner im Internet. Also zum Beispiel, wenn ihr 5% habt, könnt ihr das Ganze einfach mal 20 nehmen und nicht mal 25. Das spart natürlich auch einen ganzen Betrag. Und was einem natürlich auch hilft, ist, diesen Betrag, den man überhaupt mal ausgibt pro Jahr, den relativ niedrig zu halten. Also nicht falsch einzuschätzen. Das ist wichtig, dass man den schon lieber ein bisschen höher einschätzt, als er in Wirklichkeit ist. Aber vielleicht irgendwo trackt, vielleicht irgendwo mal ausrechnet, wie viel das dann eigentlich pro Jahr ist. Ich habe es mir jetzt auch angewöhnt, 2020 jede Ausgabe, die ich mache, zu tracken. Ich habe da jetzt nicht eine App dafür. Ich schreibe es mir einfach bei Google Docs rein und lasse mir das Ganze ausrechnen, wie viel das ist. Bisher in den letzten hier 18 Tagen des Januars sind so etwa 280 Euro, die ich ausgegeben habe. Es kommt aber noch ein bisschen was weg. Sagt man es mal so, ich bin ja noch Azubi, ich verdiene jetzt auch nicht unglaublich viel Geld, muss ich sagen. Aber es ist schön, sowas zu tracken. Weil wenn man eben trackt, dann weiß man genau, was man ausgibt und an welcher Stelle man eventuell sparen könnte. Ich persönlich bin jetzt kein riesengroßer Sparfuchs. Ich finde es aber schön, wenn man sich das Ganze mal so anschaut und mal vor Augen führt. Weil ich denke, gerade mit Kryptowährungen und gerade im Defi-Bereich, was bei Ethereum ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt mittlerweile, haben wir enorm große Möglichkeiten. Auch wenn die EZB und die Sparkasse und was auch immer uns keine Zinsen mehr geben möchte, haben wir die Möglichkeit zum Beispiel auf Compound bei Ethereum noch Zinsen zu kriegen und, und, und. Also es gibt so viele schöne Möglichkeiten, wo man mittlerweile noch Geld für sein Geld kriegt quasi, also Zinsen bekommt, dass es nicht schlimm ist, wenn wir im Fiat Money System kein Geld kriegen. Viele, ja, hier Wirtschaftsmenschen sagen auch immer, ja, im aktuellen System wird es wahrscheinlich nie wieder Zinsen geben, weil dieses durch nichts gedeckte Finanzsystem, hier das Fiat Money System, einfach komplett instabil ist und wir uns eigentlich das Ganze nicht mehr leisten können, überhaupt noch Zinsen zu geben. Ich finde, das ist ja einfach idiotisch, sowas, weil es ist auch gegen den normalen Menschenverstand eben keine Zinsen mehr zu bekommen, weil wenn ich mir das Ganze mal vorstelle, wenn ich irgendjemand Geld leihe, dann möchte ich ja natürlich mehr davon, weil ansonsten könnte ich das Geld ja einfach selber ausgeben und hätte dann ja auch was davon, wenn ich mein eigenes Geld ausgebe, anstatt wenn ich das jetzt irgendjemand anders leihe, das Geld dann in dem Sinne weg ist erstmal für einen gewissen Zeitraum. Also, dass sich eben jemand was leiht, sei es jetzt nicht Freundin, Familie, sondern jetzt irgendjemand, den ich gerade nicht kenne, dann möchte ich dafür auch eine kleine Gegenleistung haben und das kann man sicherlich nachvollziehen, man kann auch nachvollziehen, dass man vielleicht eine Dividende möchte, wenn man Aktien kauft, also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man eben gerne haben möchte und mit Kryptowährung ist sowas möglich, es gibt ganz, ganz viele Proof-of-Stake-Coins, ich mache mal ganz kurz den Pegel von meinem Mikrofon noch ein kleines bisschen runter, ich möchte nicht, dass es wieder übersteuert, liebe Leute. Auf jeden Fall gibt es super viele Proof-of-Stake-Coins, wie bald auch Ethereum, wie momentan schon Tron, wie Cardano in nächster Zeit, die man staken kann und die einem normalerweise auch so, ja, sagen wir mal, zwei, drei, vier Prozent oder auch fünf Prozent hier Zinsen pro Jahr geben und das ist toll sowas. Also wir haben durch Kryptowährungen eine Möglichkeit, unabhängig von unserem aktuellen Finanzsystem von irgendwelchen Zinsen und so zu profitieren. Das finde ich wirklich toll oder auch durch die Gewinne von Kryptowährungen, ich muss jetzt zum Beispiel, wenn ich 20.000 Euro im Jahr ausgeben würde, ist nicht der Fall, ich gebe vielleicht 6.500 oder so aus momentan, dann kann ich mir das Ganze mal ausrechnen. Ich nehme mal nochmal ganz kurz den Taschenrechner und ich habe ja gerade schon gesagt, lieber ein bisschen höher ansetzen, ich sage jetzt mal 7.000 Euro, da ist natürlich jetzt keine Miete und gar nichts drin, sagt man es mal so, denn ich arbeite ja noch bei meinen Eltern, alles klar, Grüße gehen raus. Nein, ich wohne natürlich noch bei meinen Eltern, das können sich die meisten Azubis nicht leisten auszusehen, sagt man es einfach mal so, 7.000 Euro im Jahr Ausgaben und wenn ich das mal 25 rechne, mit vier Prozent Zinsen also, wären das 175.000 Euro, die ich aktuell bräuchte, um meinen Lebensunterhalt sozusagen komplett finanziell frei zu leben. Und ich denke 175.000 Euro ist natürlich ein großer, großer Betrag und ich möchte auch keine Euros haben, nur so viel mal zum Thema, aber ich denke 175.000 ist machbar, gerade auch wenn man gut investiert, wenn man viel Geld spart und jetzt nicht auf ein Konto spart, weil da nimmt uns die EZB das Geld weg tatsächlich, mit dem Leitzins, der jetzt ziemlich niedrig sitzt oder teilweise auch unter Null oder gerade auf Null, also ganz, ganz schrecklich, was momentan abgeht. Aber gerade wenn ich sowas in Kryptowährungen stecke, ich denke, das ist eine Zahl, die man erreichen könnte und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann mal finanziell frei werde. Es gibt YouTuber, die können das teilweise auch schon mit 150.000 Euro machen. Ich würde da nicht sagen, ja, ich höre jetzt auf zu arbeiten, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sagen kann, ich muss nicht mehr arbeiten. Es ist nicht die Frage, ob man dann noch weiterarbeitet oder nicht. Wenn ihr für eine Sache brennt, also wenn ihr euch scheiße im Job fühlt, natürlich, dann würde jeder sagen, ja, hör am besten auf, wenn es dir keinen Spaß macht. Aber wenn ihr für eine Sache brennt und euch eine Sache richtig viel Spaß macht, dann ist es kein Problem, dann ist es auch gar keine Frage, ob ihr diesen Job kündigt oder nicht, sondern es ist eine Frage, ob man auf so ein Ziel hinarbeiten möchte oder nicht. Weil persönlich, wenn ich morgens aufstehe, denke ich mir immer, scheiße, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust. Nicht, weil ich keinen Bock auf den Job habe, sondern ich denke mir immer, scheiße, ich habe keine Lust, weil ich lieber gerne noch länger im Bett liegen würde und noch ein paar YouTube-Videos oder so schauen möchte. Aber ich muss früh aufstehen, um pünktlich in die Arbeit zu kommen. Und wenn man eben finanziell frei ist, dann hat man diese Probleme nicht mehr. Dann könnte man sagen, seinem Chef, ja, ich arbeite jetzt nur noch halbtags, das macht mir enorm viel Spaß, die Arbeit. Und wenn der Chef einen rausschmeißt, ist das ja auch scheißegal, weil ihr seid ja finanziell frei, sagt man es mal so. Ihr findet bestimmt auch irgendeine andere Arbeit oder könnt euer Hobby ausleben oder wie auch immer. Also es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Ich kann mich persönlich nicht mit dem Gedanken anfreunden, mein ganzes Leben lang zu arbeiten. Und ich möchte da nicht sagen, ja, ich arbeite jetzt noch fünf Jahre und dann lebe ich von Hartz IV oder vom, ihr wisst schon, bedingungslosen Grundeinkommen, was einige Leute fordern. Da bin ich mal gespannt. Da könnte ich mal ein ganzes Video drüber machen. Wie würde sich ein Finanz-, ach Quatsch, ein bedingungsloses Grundeinkommen auf den Bitcoin-Preis auswirken? Wahrscheinlich positiv, sagt man es mal so. Aber wäre ein Video wert, denke ich auf jeden Fall mal. Das ist ja immer wieder im Gespräch, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll ist oder nicht. Ich persönlich glaube nicht, aber es ist eine ganz andere Geschichte. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Scheiße, ich lasse mich so schnell ablenken. Ich quatsche immer am Thema vorbei. Aber man sieht, zum Beispiel, wenn man in der Schule Präsentation halten muss, dann denkt man immer, scheiße, wie komme ich auf diese fünf Minuten oder wie komme ich auf diese zehn Minuten? Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und mit diesen YouTube-Videos, ich kann da 20 Minuten reden und bin trotzdem nicht fertig. Ich komme trotzdem nicht ans Ende. Und das finde ich so schön, weil man merkt, ich brenne für diese Sachen. Finanzen sind einfach toll. Und wenn man Finanzen versteht und sich eben in diesem Bereich, weiterbildet, dann kann man sich ganz, ganz viel Scheiße sparen eventuell. Also persönlich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ich mein ganzes Leben lang arbeiten möchte, dass ich von Gehalt zu Gehalt, ja, hier Lohn-zu-Lohn-Abrechnung leben möchte und werde. Das finde ich keinen schönen Gedanken. Genauso finde ich es irgendwie schwachsinnig. Und ich möchte niemanden verurteilen, dass es so macht. Tatsächlich. Ich habe viele Freunde, die sowas machen. Aber ich werde immer wieder gefragt, kommst du dieses Jahr mit in Urlaub? Das kostet dann wahrscheinlich wieder so 700 Euro für sieben Tage. Ist jetzt scheißegal, ob das ein teurer oder ein billiger Urlaub ist. Ich bin da tatsächlich nicht so sehr informiert. Ich gehe nicht so oft in den Urlaub, um ehrlich zu sein. Bin ich mal ganz ehrlich mit euch. Und einfacher aus dem Grund, weil es mir nicht wert ist. Natürlich die ganzen Erfahrungen und so und mal neue Orte sehen, ist natürlich schön. Aber ich denke mir immer, Deutschland hat so viele schöne Sachen, die man sich mal anschauen könnte. Und wenn es nicht Deutschland sein soll, dann gibt es im EU-Ausland ja auch genug Orte, die man mal besuchen könnte. Zum Beispiel einen Roadtrip oder so. Den kann man auch gerne mal länger als eine Woche machen und ist trotzdem wahrscheinlich billiger dran, als wenn ich jetzt mit einem Flugzeug irgendwie um die halbe Welt fliege. Ganz ehrlich, ich bin kein Mensch, der für sowas Geld ausgeben möchte. Genauso ist es so, ich bin momentan, ja wie sagt man es denn, ich bin momentan im ersten Ausbildungsjahr. Und ich verdiene im Jahr und im Monat wahrscheinlich so viel, wie ich für so einen Urlaub ausgeben würde. Das ist so eine standardmäßige Azubi-Zahlung, denke ich mal. Also viele Azubis kriegen so zwischen 5 und 800 Euro im ersten Lehrjahr. Und wenn man eben sein Monatsgehalt, also ihr arbeitet quasi einen Monat dafür, um dann eine Woche in den Urlaub zu fahren. Ich finde das irgendwie schwachsinnig, um ehrlich zu sein. Ich finde sowas ist einfach nicht mein Ding. Und ich denke mir, ich kann dieses Geld doch besser sparen. Also ich kann natürlich schon was machen. Ich kann mir was gönnen. Ich kann da mal irgendwie essen gehen für dieses Geld. Und ich kann Zeit mit meinen Freunden und mit meiner Familie verbringen und mir irgendwelche schönen Sachen angucken oder mal Kart fahren gehen oder was weiß ich. Es gibt so viele schöne Dinge, die einen glücklich machen. Aber ich finde irgendwie mit einem Flugzeug, um die halbe Welt zu fliegen und irgendwie dort irgendwas anzugucken. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Meer sehen möchte, kann ich auch an die Nordsee oder an die Ostsee fahren oder wie auch immer. Das ist für mich auch ein ganz, ganz weiter Schritt. Ich wohne in Süddeutschland. Das ist für mich auch was, was ich nicht jeden Tag sehe. Aber ich finde diese Vorstellung viel schöner, anstatt irgendwie jetzt für hunderte Euro in den Urlaub zu fliegen und da einfach einen schlechten Trade zu machen. Weil ich denke mir dann immer, man arbeitet für Geld und mit diesem Geld erkauft man sich dann, also man arbeitet, was habe ich gerade gesagt? Man arbeitet für das Geld ganz einfach, man tauscht Zeit gegen Geld, das wollte ich sagen und tauscht dann das gleiche Geld wieder für weniger Zeit ein. Genius. What the fuck, denke ich mir da tatsächlich nur. Vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch zum Denken anregen mit diesem Video. Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er sein Leben leben möchte oder muss, sagen wir so. Aber ich persönlich glaube, dass einfach Minimalismus in diesem Sinne gut ist, dass man sich vielleicht nicht jeden Tag irgendwie einen Kaffee holt auf dem Weg zur Arbeit, sondern einfach mal zu Hause vielleicht eine billige Kaffeemaschine besorgt und dort einen Kaffee trinkt, kann man ja auch genauso machen. Oder muss ja auch tatsächlich gar keine billige Kaffeemaschine sein, kann ja auch einen schönen Premium Vollautomat, was weiß ich, da sein für mehrere hunderte Euro. Aber wenn ihr das euch rechnet, wenn ihr jeden Tag zwei Euro ausgebt oder euch für 200 Euro so eine Kaffeemaschine holt, also da seid ihr doch einfach besser dran finanziell. Und wie gesagt, ich möchte niemandem vorschreiben, wie er leben soll, aber ich denke, so die kleinen Sachen machen was aus und dieses Geld könnte man besser investieren, zum Beispiel in Bitcoin, zum Beispiel in Gold, zum Beispiel in Aktien oder auch Immobilien, wenn ihr ein bisschen mehr Geld übrig habt. Ich denke, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung und persönlich denke ich, man hat da in der Zukunft mehr davon. Und ich möchte, wie gesagt, nicht mein ganzes Leben für Geld arbeiten müssen. Ich möchte mein ganzes Leben für Geld arbeiten und es aus Freude tun, einem Spaß an dieser Arbeit. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann wäre es schön, wenn ich jederzeit die Möglichkeit hätte zu sagen, okay, war schön bisher, jetzt ist es nur noch ein Hobby und jetzt ist es keine Arbeit mehr. Genauso wie diese YouTube-Videos. Wäre ich finanziell frei, dann würde ich jeden Tag ein Video machen, vielleicht auch jeden Tag zwei Videos. Weil ich habe dann einfach enorm viel Zeit. Ich sitze dann zu Hause, ich muss dann nicht mehr arbeiten gehen. Momentan Arbeit, ihr seht es ja immer wieder, eigentlich möchte ich jede 48-Stunden-Video machen. Funktioniert manchmal einfach nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ja, also ich denke, dieser Punkt ist irgendwie klar geworden. Und dass ihr vielleicht so ein bisschen zum Denken angeregt werdet. Gerade so diesen Kaffee morgens, das sagen sehr viele Leute. Sowas kann man einfach sparen. Wenn ihr einfach ein ganzes Jahr lang nicht für zwei Euro jeden Tag einen Kaffee holt, dann sind es 600 Euro im Jahr. Stellt euch mal vor, ihr hättet vor fünf Jahren für 600 Euro mal Bitcoins gekauft. Oder auch vor drei Jahren für 600 Euro mal Bitcoins gekauft. Oder eben für jeden Tag zwei Euro. Also im Monat quasi für 60 Euro Bitcoins gekauft. Dann würdet ihr jetzt deutlich besser dran stehen, als ihr es eventuell jetzt tut. Also das ist das, was ich sagen wollte mit diesem Video. Man sollte vielleicht seine finanziellen Sachen mal ein bisschen überdenken. Und ja, die Chance nutzen, die uns Kryptowährung bringen können. Keine Anlageberatung. Es kann sein, dass es voll in die Hose geht. Aber ich glaube immer, von so einem Kaffee habt ihr im Endeffekt jetzt auch nichts rückwirkend. Also wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich da jetzt auch keinen Sinn, dass ich mir jetzt vorletzte Woche, dass ich da bei McDonalds war. Also quasi, also ich hätte diese 10 Euro auch irgendwo anlegen können, denke ich mir immer. Anstatt jetzt irgendwie bei McDonalds zu essen, ist einerseits nicht gesund und andererseits bringt es mir jetzt gerade in der Gegenwart nichts mehr. Und das ist, finde ich, wichtig. So, das war es dann aber auch schon mit dem Video. Ich habe schon wieder viel zu lange gequatscht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich habe jetzt wirklich ganz, ganz viele coole Denkanstöße, aus denen ich jetzt alles noch Videos machen könnte. Es ist ein sehr spannendes Thema und ich möchte einfach Krypto nicht nur zu einem Kryptokanal machen, sondern ich möchte auch über Finanzen reden, weil sowas echt richtig cool ist und natürlich auch Hand in Hand geht miteinander. Kryptowährungen sind Finanzen und deswegen werdet ihr auf diesem Kanal auch ab und zu mal Finanzvideos sehen. So, aber ich möchte jetzt kein Finanz-YouTuber werden. Ich rede über Kryptowährungen, weil das ein super schönes Thema ist und ja, das macht mich einfach glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Ciao.